Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin Silvia Chessy und es wird Zeit für ein neues Diablo Video. Wir haben mit der Community gemeinsam was rausgefunden und zwar dachten wir uns, Moment, das geht ab Season 18 mit Patch 2.6.6. Da gibt es ja den neuen legendären Edelstein, diesen sogenannten Vermächtnis der Träume, glaube ich, heißt der, wo ihr praktisch für jedes ulte Item mehr Damage kriegt, aber auch für jedes normale Legend. Und jetzt dachten wir uns, hey, das wäre eigentlich ziemlich cool, wenn man das beim Leveln einsetzen könnte, weil du kannst ja auf der einen Seite den Stein ausrüsten, hast dann so Sachen wie das Höllenfeuer Amulett, das sowieso ab Level 1 geht, du hast den Höllenfeuer Ring, der ab Level 1 geht, dann gibt es ja noch eine Waffe, wo du den Edelstein reingeben kannst, die ist dann auch Level 1, dann hätten wir ja eigentlich schon drei Items, eins vielleicht sogar uralt, Moment, dann hätten wir ja schon mehrere hundert Prozent Schaden, das heißt, wir müssten dann ja theoretisch gesehen nur noch in den Rift rein, ganz egal, welche Items wir anhaben, weil das funktioniert eh für alle, dann brauchen wir uns nur noch einen Rift öffnen, reinlaufen und dann müssten wir eigentlich solo auf Qual 6, also es ist halt die höchstmögliche Stufe, die wir einstellen können und dann müsste es gleich abgehen, dann braucht man nicht irgendjemanden anschreiben, kannst du mich mal ziehen oder so, weil die Gems haben wir eh rumliegen, Items haben wir rumliegen, dann wählen wir noch das ein oder andere Item aus, wählen dann einen normalen Rift aus, das war jetzt natürlich ein bisschen lucky, beim Hintergrund war dann zufällig noch der Cool Rift, der kommt so alle 500 Rifts einmal, wenn ihr Glück habt, dann töten wir einfach ein paar Gegner und ihr seht schon, die Level schießen einfach durch die Decke, also denkt man sich so, okay, okay, ist mal ein guter Ansatz, das ist doch mal ein ganz guter Ansatz. Und dann denken wir uns, Moment, das geht doch sicher noch besser, klar geht es noch besser, das ist einmal, damit wir das gleich mal vorne wegnehmen, wenn eine neue Season startet, funktioniert das nicht, weil ihr habt nämlich den legendären Edelstein, aber für alle weiteren Klassen, egal was, wir nehmen jetzt mal unseren Mönch zum Beispiel, wer seht, der hat schon ein paar Items an, weil wir haben ein bisschen was runtergedingst, wie nennt sich das, runtergestuft, indem wir diesen Juwel der Leichtigkeit auf Skier gepresst haben, da macht ihr aus jedem Level, jeden Item Level 1, ein Ingiom haben wir dabei, eine Rinderbadike mit der ersten Aufwertung haben wir uns noch dazu geschnappt, weil wir wollen es gerne mal wissen. Ich dachte mir so, ja komm Jesse, lass es uns mal gucken, lass es uns mal versuchen. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es sind so 7, 8 Legendary, aber es ist, ich glaube, 2, 3 uralte, also Damage-technisch sollte man da keine Probleme kriegen. Dazu kommt noch ein geöffneter Flechtring, den Trick kennt ihr ja schon, das ist ja schon uralt, dass man praktisch mit diesen Goldarmschienen, mit Hilfe von den Goldarmschienen, wenn einmal so ein Flechtring spielt, das ganze Gold einsammelt und damit schon mal die ersten 40, 50 Level crushed in einer Minute oder so und dann machen wir danach noch den Q-Wilft. Danach haben wir nämlich den Flechtring, könnt ihr euch herstellen oder den findet ihr eh, den Q-Wilft, die Rinderbadike wertet ihr einfach auf, dann ab in den Q-Wilft und dann haben wir hier nochmal den Massaker-Bonus, um das Ganze hier einfach nochmal ein bisschen mitzuziehen und zu schauen, okay, wie verhält sich denn das Ganze, kann man das Ganze hier noch ein bisschen weiter beschleunigen und zusätzlich machen wir dann noch folgendes, gucken wir in den normalen Rift, also das sind die Ansätze, wir nehmen einmal einen Flechtring, einmal eine Rinderbadike und einen normal geöffneten Rift, wir haben ein paar Items angelegt, das ist, der Damage resultiert sowieso aus dem Game, also wenn ihr da was habt, die Sachen, die ihr direkt anlegen könnt, die legen wir uns dementsprechend an und dann fahren wir einfach mal durch den Rift. So, bei unserem Tester gab das eine Zeit von, ich glaube es waren 3 Minuten 30, also mit den ganzen hier hin und her gechargen, wenn ihr euch da noch ein bisschen besser vorbereitet, schafft ihr es auch sicherlich unter 3 Minuten oder vielleicht sogar 2 abhängig von den Rifts, also wie nochmal, falls das jetzt hier ein bisschen verwirrend war, den neuen Game braucht ihr, der muss ein bisschen gelevelt sein, ihr zieht alle legendären Items an, auch wenn ihr irgendwas findet, sofort angezogen, jedes Item gibt puren Damage auf Qual 6, weil drunter braucht ihr nicht spielen und dann wird durchgefahren, ihr müsst niemanden mehr anschreiben, das hat jeder sowieso rumliegen, ab der zweiten Klasse in der Season möglich und könnt euch somit gemütlich die Klassen nachziehen. Ist möglich seit Season 18, weil da kam der neue Games ins Spiel und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.